Hallo und herzlich willkommen auf onlineautomatenspiele.net. Ich bin Florian und zeige euch heute, wie einfach ihr ein Konto bei PlayMillion eröffnen könnt, wie die erste Einzahlung funktioniert und welches Casino-Angebot euch zur Verfügung steht. Auf der Startseite müsst ihr zuerst auf Sofort spielen klicken. Daraufhin öffnet sich ein neues Fenster und hier muss nun erstmal bei neuer Benutzer auf Erstellen Sie ein Konto geklickt werden. Im ersten Schritt ist es hier erforderlich, den Benutzernamen, die E-Mail-Adresse sowie das Passwort einzugeben und die AGB zu akzeptieren und daraufhin unten rechts auf Erstellen Sie ein Konto zu klicken. Im nächsten Fenster müssen nun noch einige persönliche Informationen ergänzt werden, so zum Beispiel der Vor- und Nachname, die Adresse und weitere Kontaktdetails. Daraufhin müsst ihr nochmal bestätigen, dass ihr mindestens 18 Jahre alt seid und unten abschließend auf Bestätigen und jetzt spielen klicken. Daraufhin werdet ihr auch schon automatisch in den Einzahlungsbereich weitergeleitet. Hier kann man zum Beispiel per Kreditkarte oder auch weiteren Online-Banking-Diensten einzahlen. Ebenso ist zum Beispiel auch Paypal oder Skrill möglich und sogar die Einzahlung per PaySafe-Karte wird angeboten. Die weiteren Details zur Zahlung muss man natürlich noch eingeben, wenn man sich für eine Zahlungsart entschieden hat, so zum Beispiel hier der Einzahlungsbetrag sowie die Kartennummer und auch weitere Sicherheitsdetails. Das umfangreiche Casino-Angebot findet ihr nach dem Login in dem neuen Fenster. Hier gibt es links eine Reihe von verschiedenen Kategorien, wie zum Beispiel Slots, in der es auch eine sehr große Auswahl gibt, wie hier angezeigt wird. Zudem gibt es auch Roulette-Spiele, Videopoker, Karten- und Tischspiele und sogar einen großen Jackpot-Bereich und vieles mehr. Um jetzt direkt zum Anbieter zu gelangen, genügt es nun im Video auf das Anbieter-Logo zu klicken. Falls euch das Video weitergeholfen hat, würde ich mich über einen Like freuen und damit ihr keine zukünftigen Videos und Angebote mehr verpasst, könnt ihr gerne unseren Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao!